moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen xp glitch zeigen und zwar müsst ihr hierfür zur absturz stelle dann stellt ihr euch hierhin genauso wie ich hier stehe und klettert da hoch wenn ihr hier oben seid leute werden sich die zombies unter euch sammeln die werden nicht wie sonst immer von weiten fleisch auf euch werfen sondern die sammeln sich unter euch und das coole daran ist leute dass ihr die extras automatisch aufhebt ob jetzt doppeltes geld ist munition oder ihr hebt alles mit auf das einzige was solche töten kann ist wenn der megatron unter euch steht dann kann euch schlagen und bei den hunden bin ich mir nicht sicher das habe ich jetzt nicht ausgetestet aber leute ich würde euch empfehlen geht hier hoch nur wenn ihr die wunderwaffe hat falls die megatrons kommen dann könnt ihr die ganz schnell dann mit der wunderwaffe erledigen und kauft euch juggernaut und schild am besten leute naja das war es auch mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das gerne an dieser stelle ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video eu Untertitelung. BR 2018